Seid gegrüßt, Enthusiasten. Heute sind wir auf Benkhor und suchen ein Gundak-Nest. Diese sind bekannt für ihre Stärke, Bösartigkeit und scharfes Gehör. Wir versuchen uns einen aus der Nähe anzusehen. Wow, wir haben einen Gundak beim Fressen erwischt. Einen Gundak bei der Nahrungsaufnahme zu stören ist keine gute Idee. Nein, wir müssen extrem leise sein. Oh nein! Ah, pass auf! Das sollte jetzt weit genug weg sein. Gundaks müssen sich ausruhen, sonst werden sie, unglaublich aber wahr, noch aggressiver. Also ist es diesmal noch wichtiger, leise zu sein und... Wir müssen es zum Schiff schaffen. Oh, sieh mal, da drüben. Da kommen wir raus. Oder nicht. Mist, sein Gehör ist gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Tja, liebe Enthusiasten, heute haben Cam und ich gelernt, dass ein paar Kreaturen wie Gundaks nur aus der Ferne beobachtet werden sollten. Aus weiter Ferne. Kampchen! Kampchen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017